in der Marketingabteilung geschrieben. Und ja, das ist ein Problem. Das gab es nicht in den USA. Also gab es es nicht. Also, puh. Tja. Naja. Gesundheit. Witz und so kommt heute wieder mit Unterstützung von Jimdo. Wenn ihr eine Website haben möchtet, könnt ihr das mal dort ausprobieren. Ihr wählt euch einfach ein Template aus und sagt, ich hätte gerne einen Blog oder ein Portfolio oder eine andere Art von Website für ein Geschäft oder für einen Fotografen oder was auch immer. Sucht euch dort ein Template aus. Die gibt es auch in Responsiv. Und dann könnt ihr dort eine Website zusammenklicken. Entweder auf dem Rechner oder mit den mobilen Apps von Jimdo. Und ihr könnt auch den Umzugsservice nutzen. Entweder nur für die Domain oder für den ganzen Inhalt, inklusive CI und Zeug. Das setzt sich ein Mensch hin und macht es für euch. Kostete bisher so um die 700 Euro. Jetzt etwas um die 400 Euro. Und wenn die Seite vorher bei 1&1 war, dann ist dieser Service jetzt gratis drin. Ich habe letzte Woche von einem Hörer gehört, dass der Gutscheincode nicht funktioniert hätte. Ich weiß nicht, ob das wieder repariert ist. Der sollte noch funktionieren. Falls er nicht funktioniert, könnt ihr euch an den Support wenden und oder einfach auch mal die Gratisversion vorher ausprobieren, bevor ihr den Dingsbums klickt. Sollte man einfach mal machen. Geht. Also ich habe meine Seite umgezogen vor 3, 5, 8 Monaten. Ich weiß es nicht mehr genau. Und das ist relativ schmerzbefreit. Also wenn man einfach mal sagt, ich möchte mir ein Portfolio da draufkleben, irgendwie ein paar Fotos reinladen. Das muss halt nichts tun und das sieht aus. Und das ist einfach schön. Also weil dieses ja, du musst dir noch eine Lightbox installieren. Nee. Zack. Fotos reinladen. In Zweifel Dropbox auswählen. Da liegen eben meine Fotos drin. Dann hier bitte den ganzen Ordner importieren. Das dauert 3 Sekunden. Dann sind halt alle Fotos da in deinem Portfolio drin. Ach, mir ist noch ein Block. Kein Problem. Blockmodul. Alles cool. Das lässt sich auch bedienen, ohne den Rechner zu benutzen. Das heißt, wenn ihr auch jemanden habt, der keinen Rechner zum Beispiel im Geschäft hat. Heute wieder Restaurant. Hat es offen oder nicht? Man weiß es nicht. Ja. Schwierig. Weil es auch nicht auf einer Website steht. Das sollte ich immer sagen. Ja, weil sie keine Website haben, weil sie halt nicht wissen, wie man Gymdo bedient. Sie wissen, wie man einen Dönerspieß bedient. Ja, ganz genau. Aber sie könnten, wenn man es ihnen sagen würde, ja oder wenn man denn noch ein iPad Pro hat, der macht dann seine mobile App auf und editiert da seine Website, stellt da seine Webseite fertig. Ja, das könnt ihr einfach mal ausprobieren. In der Gratis-Version ist es sowieso dauerhaft gratis. Dann ist euer Name, so euername.gymdo.com oder ihr bezahlt die vier Euro mit dem Gutscheincode um regular fünf im Monat und dann ist das auf einer eigenen Domain. Also, einfach mal Gymdo ausprobieren. Herzlichen Dank für die Unterstützung. Und dann lasst ihr die